Hallo, ihr habt euch gekügt, der Betreffekt hat von Conor und von Rossi Conor, zurück zu einer kleinen Indie-Euro-Spiel-Spiegel, heute will ich sagen, Don't Look Back. Ich war denselben Entwickler wie 3 Minuten, also 3 Minutes, wo ich gespielt habe, vor allem nicht auch ganz herzlichen Dank an unseren Unterstützern, ohne es hier gar nicht machbar zu realisieren, wäre vielen lieben Dank dafür. Start playing! Ich glaube, ich habe das schon mal gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ich habe das zusammen schon mal gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist meine Flashlight. Wir dürfen nicht zurückschauen. Ich weiß, wir laufen und laufen und laufen und ich glaube, irgendwann kommt mal ein Ende und da bin ich damals irgendwie nicht weitergekommen. Nur nicht zurückschauen. Rennen kann ich halt mal wieder nicht, ne? Das ist aber logisch. Wir laufen halt, ne? Wir laufen halt, ne? Ganz easy und entspannt. Ey, halt. Ey, halt. Ey, halt. Ey, halt. Schau, 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 da komm ich sagen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ah, da raus sie diese ome Sau. Ich weiß gar nicht, wo er nahe läuft, ihrbleibt! So. Ne, im Moment ist bei mir in den letzten Monaten ganz schwierig, ich bin permanent müde. Wahnsinn! Ich weiß noch, ich bin damals irgendwie hier an dem Punkt weich. Ich war an diesem Punkt hier. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr zurück. Es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Hier ist eine Tür. Wo ich nicht rein kann. Wunderbar. Wie war wunderbar, oder? Ich schau jetzt mal irgendwo auf der linken Seite, muss doch irgendwo was sein, oder? Was ich übersehen habe. Ich glaube, es ist seitlich. Ob ich irgendwo was übersehen habe? Was? 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 Es kann doch nicht sein, dass man hier irgendwie an die Wand kommt? Was? 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 Keine Ahnung. Ich hab keinen Plan, Leute. Nur weiter laufen, nur weiter laufen. Ganz wichtig. Nur weiter laufen. Dieser... Es bremst halt hier ein. Unwahrscheinlich. Und jetzt irgendwie in der Hoffnung, irgendwo was zu finden. Irgendwie ein Seitengang oder irgendwas. Aber seht ihr was? Aber seht ihr was? Nee, oder? Hier ist alles... Alles... der gleiche Pool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich bin cool. Ich hab nicht hier. Ich hab keine Zeit. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt total an der Wand ran. Wenn ich jetzt gleich sofort fällt, steck ich mal an, oder? Ich bin jetzt hier. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, es ist Don't Look Back. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, ich check es einfach nicht oder ich bin einfach zu blöd dafür. Ich bin 2018. Ich bin jetzt schon eine Weile draußen. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn ihr mal einschalten würde auf unserem Rosti-Kanal. Bitte bewertet euch das Video, schreibt es in die Kommentare, aktiviert die Glocke und falls ihr kein Abo habt. Körbchen drücken. Press that button to subscribe. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Wir sagen schön mit euch in den Rosti. Euer Rosti. Think you good bye. Stay healthy my friends. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020